Vor wenigen Wochen hat NRO eine neue Windel vorgestellt, die Teeny Mice. Sie soll mit einer theoretischen Saugleistung von 8 Litern wieder zu den dickeren gehören. Verglichen mit den großen ist NRO eine eher kleine Marke mit nun 4 Windeln, wenn man die Variationen in unterschiedlichen Farben nicht mit einbezieht. Die Pleadades, welche ich auch schon im Praxistest hatte, gibt es beispielsweise in Blau und Pink, es ist aber die gleiche Windel. Mit der Teeny Mice geht man wieder in Richtung vollbedruckter Windeln, ähnlich wie es bei der Little Rascals war. Bis heute übrigens eine sehr gute Windel, wer mehr wissen möchte, kann sich mein Praxistest-Video anschauen. Neu ist allerdings, dass nicht die gesamte Fläche mit Mustern bedruckt wurde. Vorne hat man das Motiv, von dem es drei verschiedene gibt. Vor allem der Löwe sieht der Little Kings von Abu ziemlich ähnlich. Auch beim restlichen Design gibt es Gemeinsamkeiten. Die Little Kings hat ebenfalls nur vorne und hinten ein Motiv. Zwischen den Beinen sind kleine Sterne und Punkte, an den Seiten nochmal etwas bunte, aber nicht zu bunte Motive. Die Teeny Mice macht das vom Aufbau her ähnlich, hat aber an der Seite etwas kräftigere Farben, bei denen vor allem Grün hervorsticht. Das erinnert an das klassische Design der Krinkelz. Auch hier wieder nicht eins zu eins gleich, da die Streifen der Krinkelz etwas anders aufgebaut sind und auch nicht an den identischen Stellen verlaufen. Der Farbton ist ebenfalls ein wenig anders. Eine Ähnlichkeit ist vorhanden, zumal es ja auch nicht so viele Windeln mit diesem Aufbau gibt. Die Teeny Mice hebt sich von beiden Windeln ab, von der Krinkelz schon mal durch die wiederverschließbaren Kleber aus Plastik. Und von der Little Kings durch die Folie als Außenmaterial, was laut meiner Umfrage bei sehr vielen von euch beliebter ist, als textilähnliches Karten. Es wirkt daher ein bisschen wie eine Alternative für diejenigen von euch, die Little Kings wegen der Motive mögen. Aber die Windel wegen des Außenmaterials nicht kaufen wollten. Und vielleicht auch wegen des Preises, da die Little Kings zu den teuersten Windeln gehört. NRU und viele andere bieten nicht nur Folienwindeln, sondern auch ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Hersteller sagt, die Straight Up wurde als Grundlage genutzt. Sie ist in schönen Farben wie Blau erhältlich, aber eben nur einfarbig. Das gefällt nicht jedem, deswegen haben sie mit dieser Windel nun eine bunt bedruckte Variante davon herausgebracht. Sie soll für längeres Tragen ausgelegt sein und außen eine dicke Folie haben, was ebenfalls sehr vielen von euch gefallen dürfte. Ich habe sie bestellt und werde bald einen Praxistest machen, um zu testen, wie gut und saugstark die neue Windel wirklich ist. Wenn du ihn nicht verpassen willst, abonniere doch kostenlos meinen Kanal, damit du über neue News, Tests und andere Videos rund ums Windelntragen immer informiert bist. Bis der neue Test kommt, findest du auf meinem Kanal noch viele weitere Videos dazu, Tests von anderen Windeln, Neuigkeiten, Tipps und vieles mehr. Bleib trocken, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020